... ... ... ... ... ... Hey Leute und willkommen zum ersten Türchen des Adventskalenders 2014 und hinter diesem ersten Türchen verbirgt sich Minecraft Survival Games mit Tobi, Flori und mir. Und mir. Und was sich hinter diesem ganzen Adventskalender überhaupt verwirrt, das erklärt euch einmal der Tobi. Tobi! Ja, ähm... Und zwar haben wir vor jeden Tag... Hallo erstmal! Was? Hallo erstmal! Ja, lass den Tobi jetzt mal erklären. Verwirrt mich immer. Das sind schöne Worte zur Weihnachtszeit. Ja, also das ist sehr professionell, was Flo hier macht. Jetzt erklär doch einfach! Hi. Ja, und zwar einschließlich einschließlich 24. Dezember das heißt Heiligabend ein Minecraft PvP-Spiel um die zu bringen. Dabei nehmen wir quasi eine Runde auf und, ähm, ja, das werden immer verschiedene PvP-Spiel sein, auch welche, die wir nicht so oft gespielt haben bisher. Und, ja, das soll einfach so ein bisschen weihnachtliche Stimmung schaffen. Und, ja, dass ihr so Spaß habt, bis zu Weihnachten hin. Genau. Und noch eine Anmerkung am Rande. So, sowas wie, so... Boah Flo, du lächst gerade rum. Und zwar, äh, mal abwechselnd auf, das heißt erste Folge Torben, dann ich, dann auch weiter. Und, äh, das soll euch einfach auch so ein bisschen... Was, wie es halt ein Adventskalender macht, die Wartezeit auf Weihnachten... ...verkürzen. Nicht wahr, meine Freunde. Zwei Holzschwerter. Zwei Holz... Ne, ein Holzschwert, aber eine Holzachst. Wo bist du, Tobi? Wo seid ihr? Ich hab'n Holzschwert. Ja, ich bin links vorm Haus lang gelaufen. Wo seid ihr da? Hier. Ja, okay. Ja, ich seh dich. Ich hab'n Holzschwert. Gut, okay, wir können hier runter, ne? So, und dann irgendwie rechts langsam laufen. Oh Gott, sind da viele, ey. Ja, deswegen, lass mal hier aufs Haus drauf. Okay. Was ist das eigentlich für eine Map? Ist auch ne neue, oder? Ja. Irgendwie irgendwas mit Schauen. Viele neue Maps, ich seh'n nichts, Tom. Äh, ich geh' hier oben drauf. Da unten, da unten sind Kisten. Okay, da ist ne richtige Verfolgungsjahr. Boah, gute Rüstung. Gibst du mir auch was? Äh, ich hab' gar nichts. Oha. So, komm. Ja, lass weiterlaufen, da ist ein Dorf. Ja. Straight, go straight. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Chef? Oh ja, man kann die, man kann die Zäune runter machen. Ich hab'n Radar, kommt einmal. Ich hab'n Eisenschwert und'n Steinschwert. Ich hab'n Eisenschwert und... Achso, wie ist einer? Ich hab'n verkacktes... Flo, äh, Tom. Der hat keine Waffe. Den verfolge ich. Warte, ich booste dich. Alter, danke. Bitte. Nimm einer an die Kiste. Stopp, 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 stopp. Stopp hinter dir. Fuck, fuck, fuck. Wenn, ich brauch'n Rüstung, unbedingt. Wenn ich mit dem Eisenschwert draufgehen soll, dann brauch' ich Rüstung. Ich hab'n Rüstung. Ja, ich hab'n... Ach, der Flo hat für dich. Geh' mal, geh' mal, geh' mal, geh' mal, geh' mal. Geh' mal, geh' mal, geh' mal. Ja, ich geb' dir meine Eisenbrust. Ich hab'n mega wenig Schäben. Boah, mega nice, danke. So, okay, ich hab'n Tracker. Die nächsten kommen aus der Rüstung. Ja, ja, natürlich. Hat er ein gutes Schwert für mich? Ja, hier, ein Steinschwert. Nice. Äh, ich hab' auch kein Steinschwert. Ja, ich hab' auch kein Steinschwert. Hier ist ne Chestplate Flo, hast du eine? Ja. Ja, nur Gold. Ja, warte, komm, lass uns jetzt erstmal Rüstung sammeln, weil so bin ich ja auch noch. Da ist ne Kiste drin, in diesem Haus. Ja, aber ich hab' Flo. Ich bin hier so'n Feldweg oder so. Flo, du musst mit Rechtsklick auf mich. Flo, warum kommst du nicht hinter mir her? Ja, weil du einfach weg warst. Ach so, ja, warte. Flo, da ist einer, da ist einer. Lass' versuchen den zu killen. Ja, der hat gute Rüstung. Wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo du bist, Tobi. Was? Ja, dann komm doch. Da seh' ich einen. Ich bin einfach nur weitergelaufen, total. Leute, hier sind zwei. Wo seid ihr? Ja, komm. Ja, ich renn doch. Ich stell's mich eigentlich blöd an. Okay, hier ist das Dreiteam, das einfach folgt. Hier ist das Zweiteam, das einfach folgt. Das lass' ich jetzt mal. Nein, der war gut. Nochmal. Warte. Geht nicht. Geht nicht. Ähm. Ach, ich seh' euren Namen. Ich seh' euren Namen. Ich seh' euren Namen. Komm mal. Ich seh' euren Namen, endlich. Ne, das sind andere. Scheiße. Fuck, ich bin down quasi. Warum folgst du nicht deinem Kompass? Warum folgst... Ich hab' keinen Kompass. Wo seid ihr denn? In welche Richtung? Ja, in Sandsteindorf. Wir sind einfach weitergelaufen, wo wir... Sandsteindorf bin ich. Sandsteindorf bin ich. Sandsteindorf bin ich. Doch. Ich hab' den... Nein, lass' es Flo. Ich hab' Ulster bin nicht... Ich brauch' Hilfe. Wo seid ihr? Wo seid ihr in Sandsteindorf? Ja, wo... Ach, da? Okay, ich seh' euren Namen. Ja, wir sind mega wenig live, ne? Hi. Äh. Ja, da... Wo weiß ich. Der dritt jetzt ab. Ja, bleib hier, bleib hier. Ich hab' volles Leben. Ja, da, komm Flo. Ja, ich hab... Der hat ne... Der hat ne verkackte Dia-Axt. Den müssen wir uns holen. Ja, dann komm drauf. Komm, YOLO. Auf den, äh... Auf welchen? Auf den mit der... Das Blatt. Auf den mit der Gold... Hä? Auf wen geht ihr denn? Wo seid ihr denn? Da hinten. Mein Gott, Torben, Alter. Ja. Ohne Mist. Hä? Ich hab' da einen gesehen und auf den bin ich draufgegangen. Lol, Flo, du lex. Ich bin da, ich bin da. Aber der Teil, dem muss ich abdrehen. Ich hab' volles Leben. Torben, ich brauch' die Tränke. Torben, gibsch. Komm zurück, komm zurück, gib mir den Goldapfel. Den Goldapfel. Ich brauch' den. Ich brauch' den. Ähm... Hier. Mein Gott, ey. Wo seid ihr? Goldapfel kann man nicht im Kampf essen. Den Altrink musst du für den Kampel. Wo seid ihr? Segal, komm, wir verfolgen den jetzt. Jetzt regenerier' ich wieder. Ich bin noch im Samstag. Ich bin noch im Samstag. Ja, wir sind doch hier. Flo, hinter dir. Bist du bis behindert? Ach doch. So. Ja, ich hab' ja auch bei euch bei dem Kompass deaktiviert. Nee, aber, äh, ich hab' euch... Ich bin da dahinter. Da sind die beiden. Kommt, kommt, kommt. Ja. Ich bin noch nicht mein Sichtfall. Geh' zurück, geh' zurück, geh' zurück, geh' zurück. Ich hol' den. Ich hol' den. Gib' meinen Boost. Oh, hab' so ein Snacker. Jetzt komm' booste mich, booste mich. Ich weiß nicht, ich bin nicht vor dir. Ja. Na, Alter. Äh, du mein Zinter. Hat dir ne besseres Schwert für mich? Ja, kommt her, hier. Torben, ich hab' ne Eisenhose für dich. Ich brauch. Flo. Äh, Flo, du kriegst hier ne... Flo. Du kriegst hier, Flo. Helm? Flo, hier. Ich brauch' noch bessere Schwert. Oh, danke. Danke, Tobi. Ich hab... Ich hab' doch... Hey, Alter! Ich hab' kein... Booster, boosten, boosten, boosten. Ja, komm her, komm her, Flo. Torben, dreh ab, dreh ab, dreh ab. Nein! Ich hab' voll... Oh, Mann, Leute. Warum rennt ihr nicht hinterher? Ja, ich hätte euch geboostet, aber... Dann kommt. Ja, jetzt muss ich essen. Da steht noch einer. Wollen wir den? Leute, kommt! Kommt! Ja, ja, wir kommen. Alles chilly. Ey, wieso hab' ich den nicht getroffen? Weil du... Sorry. Das sah irgendwie cool aus. Hä, was? Loll. Er ist voll der Skiller. Booster mich... Oh! Nein! Sollte nicht mit der Axt sein. Boah! Ein... 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 Ein Schlag! Ohne Axt, bitte. Hä? Wer ist gerade in mir drin? Bitte nicht boxen. Ich hab' keine Ahnung. Ich bin nicht in dir. Boostet euch gegenseitig. Bleib... Kann einer nämlich mich boosten. Einer boosten, bitte? Ich seh' keinen. Ah, jetzt bist du. Langsamer. So. Was bei Torben. Come on, come on. Ich bin hängig. Flo booste, dann booste ich Torben gleich. Warte nicht jetzt. Oh, nein! Jetzt ist er stehen geblieben und zu essen und ich bin vor so'n behinderten Block gerannt. Ja, ich kann euch grad nicht boosten. Bin auch zur Reichweite. Warte. Torben, probier mich. Danke. Bam! Boah, das ist schon unver... Das ist schon unverstehend, dass du die ganzen Kills kriegst. So, hast du ein bisschen Eisenbüßung für mich. Ich hab das... Nee. Hast du ein bisschen Essen für mich? Ja, hier. Ich hab zwar verkackt... Ja, jetzt brauch ich keins, aber ich meine gleich. Ich hab jetzt zwar... Hier, ich brauch... Ja, ich... Ich hab zwar verkackte 35 Kartoffeln, aber die heilen immer nur ein halbes Leer. Ich hab noch zu wissen für uns, Hass. Ähm... Nee, ich hab nichts. Äh, hatten wir Pfeile? Danke. Nee. Äh, nee. Komm, wir müssen weitermachen. Wir brauchen echt bessere Sekunden. Ja, okay, dann komm mit. Warte. Flo, was hast du für ne Waffe? Äh, Steinschwert. Okay. Komm, nid, wir gehen zum Spawnen. Tobi hat mir ja die Eisen, äh... Ja, beim Spawnen sind... Oh, ja. Oh, shit. Oh, shit. Beide... Beide die Axt. Oh, ein verzaubertes Eisenschwert! Komm, drauf, drauf! Ja, ich bin drauf! Oh, mich hat einer runtergeschlagen. Tom, ich helf dir! Nein! Ich hab, ich hab... Okay, komm. Auf jeden Fall. Okay, ich hab noch fast volles Leben. Ich nicht. Ich... Ich bin richtig down. Nein, fuck, mein Schwert. Ähm, ich kann einen denn... Hier, Flo, Flo, Flo. Flo, hier. Das sieht nach cool aus. Es hat zwar keine Schärfe drauf, aber es sieht cool aus. Ja, und... Schindert Eindruck. Plus, dass es eh besser ist. Hier. Flo. Äh, Flo. Der steht da jetzt und beobachten es. Ja, komm, wir gehen drauf. Ja, ich hab verleisen. Flo, ich hab Schuhe für dich. Komm her. Ja, aber auch verleisen. Warte, warte. Komm, wir gehen drauf, Alter. Wir machen den jetzt. Sein teammate ist elendig verreckt und es wird auch... Leute, hier liegen ganz viele Sachen. Ich hab den nämlich mega gut geltet. Ja, ist egal. Der liegt, glaub ich. Oh Gott. Nee. Der läuft da hinten lang. Der ist hier irgendwie... Keine Ahnung. Ah ja, da, da ist er. War natürlich ein Fehler, da hochzuspringen. Ey, Flo, wo genau rennst du hin? Ohne Witz. Keine Ahnung, grad. Äh, da ist noch einer. Lass es... Wohin? Kommt. Link. Ja, rechts, komm, rechts. Jetzt. Ich renn grad meinen Komponenten. Renn wieder Richtung Spawn, Flo. Renn wieder Richtung Spawn. Der hat nur ein Holzschwert, den krieg ich. Digi. Nice. Der hat geschrieben. Oh, komm, ich muss den noch einmal kriegen. 3, 2, 1, jetzt. Nee, hab ich nicht erwischt. Ich hab Pfeile für dich gleich, wenn der Kampf zu Ende ist. Komm, komm, komm. Geht nicht, bis außer Reichweite. Ich hab dich. Ich hab dich. Flo, wenn du stirbst, dann... Darf ich, kann ich nicht. Werd ich nicht. Soll ich ihn probieren, mit dem Bogen zu killen? Der hat Bogen genannt. Was ich, der wird sich gleich umdrehen. Musst ich's. Jetzt, und... Boote, 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 boote. Scheiße, der klingt nicht. Boote, ich brauche keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht. Ich seh dich nicht. Das ist nicht dein Ernst. Selbstschuld. Ehrlich. Geben mir, gib mir einen Boost, Flo. Ich hab den sechsmal mit einem Eifengladen geschlagen. Komm, Tobi, gib mir, gib mir, Tobi. Ich brauche einen Hit bei dem Tobi. Du bist teilweise in mir. Schlag einfach, schlag einfach. Schlag einfach. Ich schlag die ganze Zeit. Dann lass dich kurz zurückfallen, Tobi. Kleines Stück. Ja, okay, Torben. Pass auf, lauf nicht. So. Jetzt, komm. Ich hab... Oh, scheiße, das war dumm. Jetzt bin ich bei dir außer Weichweite. Ich probier ihn nochmal zu snipern. Nice. Ey, aber der hätte mich nicht sehen können. Der hatte ein Holzschwert. Ich hab ihn sechsmal mit einem Eisenschwert gehittet. Deisser, Deisser. Deisser, Torben. Ich hätte gar nicht sterben. Ja, ich seh's. Hä, nein, der steckt im Boden. Ja, der steht da rum. Lass drauf. Ja, komm. Bin voll live. Okay, drauf. Kühlt mich doch ihr, Prost. Booster, Tobi. Äh, ja, zwei Sekunden. Ah, du hättest mal Pfeile geben sollen. Oh. Aber er hat einen verzauberten Bogen. So wie so, lol. Weißt du, das ist ein Witz. Wo ist er? Booster, 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 booster. Lol. Hab ihn. Ich versteh nicht, wieso ich von dem gestorben bin. Ich hab den mega fett gehittet. Sechsmal mit einem Eisenschwert. Lol, ich hab acht Eisen einfach. Ja, hier. Warte, komm hier. Ich geb dir die Hälfte ab, weil dann kann ich auch Pfeile benutzen. Ja, nice. Okay, jetzt hab ich Pfeile. Alter, danke. Bitte? Okay, dann lass uns nochmal kurz zum Spawn. Hast du noch ein Level, damit ich meinst zu entscheiden? Nee, leider nicht. Mein Schwert? Nee, leider nicht. Da ist einer. Okay, ich zünd den an. Vorsicht. Nee, nicht anzünden. Okay, warte, ich lass mir den Bogen drauf halten. Okay. Und lol. Okay, nicht, nicht. Warte, ich booste dich. Aua. Kacke, es leckt. Lol, du bist an ihm vorbei. Du bist an ihm vorbei. Booster, booster, booster. Booster, 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 wenns geht. Du musst boosten. Ja, einer muss nicht zurück. Ach, scheiße. Genau. Okay, stopp, stopp. Blohnt sich nicht mehr, Torben. Doch, blohnt sich. Doch, alles gut. Das regenerieren. Ich hab keine Leben verloren. Oh. Ich geh auf den einen, du auf den anderen. Komm, Tobi, der hat verdammte Schwert. Der hat verdammte Schwert. Fuck, ich bin so gut wie down. Ich bin down. Scheiße. Der hat richtig wenig Leben. Also, wenn du den jetzt... Komm, Tobi, Achtung hinter dir. Tu es, tu es. Ja. Jetzt. Ja. GG. Nice. War eine schöne Runde. Und ja, Leute, ich wünsche euch eine weiterhin schöne Weihnachtszeit, Adventszeit. Adventszeit. Ich hoffe, ihr lasst auch für diese Folge eine positive Wettung da. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt die bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sag ich... Tschö mit Ichlan.